Und damit herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Ja, wir haben wieder ein Grabmal gefunden. Das heißt, hier könnte es wieder eine Kleinigkeit zu Rätseln geben, würde ich mal fast behaupten. Und Schlangen. Wir waren ja auf dem Weg eigentlich zu diesen abtrünnigen Dingsbums-Krypteria-Menschen da, aber... So ein Grabmal lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Da ist ein Kriechtunnel und da ist ein normaler Weg. Und da ist eine Schlange. Ernsthaft. Genau, mach das lieber mal so. Da komme ich nicht, oder? Nee, also muss ich erst durch den Kriechtunnel. Rechts oder links. Rechts. Oh, Piksis. Jetzt auch wieder was zum Kriechen. Können wir vorher da hinten nochmal gucken, den anderen Weg. Genau, wie gesagt, hier... Böse Schlange. Das ist auch was zum Kriechen. Zwei Schlängchen. Ein Kultisten-Sperr. Juhu. Und... Die antike Stelle schon. Das war ja doch recht simpel hier drin dann. Jo. Das Grabmal des Vergessenen-Helden ist abgeschlossen. Ja, das war schon recht praktisch. Aber ich habe da schon schwerere gesehen. Jetzt müsste man wahrscheinlich da bei dem Regal irgendwo rauskommen. Kann ich nämlich das Regal wegschubsen? Bis dahin. Bis dahin ist das. Bis dahin ist das. Die ist aber groß. Genau, schieb mal den ganzen Kladderadatsch da weg. So, und draußen. Wenn ich nichts übersehen habe, sollte ich es haben. So, da hinten wollen wir hin. Du störrisches Pferd. Das sind ein paar Spatiaten. Und da scheint aber nicht groß irgendwas zu sein, also interessiert mich das Lager jetzt weniger. Ganz viele Vögel. Große Vögel, kleine Vögel. Alle Vögel. Die Schnur geht da hoch. Da müsste ja dann auch so ein Kryptaya-Mitglied, so ein Abtrünniges da oben sein. Und da erstmal hochkommen. Wahrscheinlich fünfmal um den Berg reiten oder irgend sowas in der Richtung. Und dann würde ich wetten, dass das ein Sperrgebiet ist. Festung von Preissia oder irgend sowas. Ja, ich weiß. Ich fliege erstmal ne Runde. Jetzt ist ganz schön was los hier. Ein paar schlafen gerade, das ist gut. Aber nicht alle. Was wird mir denn da noch angezeigt? Ein Eingang. Das Gefängnis wolltest du mir noch zeigen. Bist du? Ich muss ihn nicht aufschauen. Nicht? Da liegt nur ne Fackel. Da liegt ne Fackel und du zündest dich damit an. Ja, warum nicht? Kann man machen. Das ist halt jetzt richtig. Richtig praktisch mit dem neuen Skill, dass die sich dann quasi auflösen. Muss ich nicht gucken, wo ich die Leichen verstecke, damit sie niemand findet oder sonst irgendwas. Das ist echt praktisch. Keiner löst Alarm aus, weil er da irgendwo mal ne Leiche findet oder bricht in absoluter Panik aus. Oder wie auch immer. Echt genial. Super. Da hinten ist ein Hauptmann. Den lass ich mal grad noch. Das war knapp. Du siehst mich nicht, oder? Ja? Nein, nein, nein. Ja. 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 Da. Da. Ja. mich nur, warum ich jetzt auf einmal Kopfgeld habe. Hat doch keiner gesehen. Also, der jetzt noch Leben davon berichten könnte. Gut, Verstärkung ruft schon mal keiner von euch. Beruhigte euch mal ganz kurz ein bisschen. Gut, der wäre auch weg. Türmchen hoch, Türmchen runter, Türmchen hoch. Das ist der, der halt vorhin da noch gemütlich geschlafen hat, dieser Hauptmann wach. Jo, alles sauber. Dass du die Meldung noch gerade rausgegeben hast. Hm, 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 hm. Den hätten wir auch. Was ist mir ein Lass B? Oh, tschüss. Da ist wohl einer verbrannt. Einen frischen Kohl. Ja klar, ist wichtig. Das würde ich lassen. Das mit dem Alarm ging wohl nach hinten los. Das auch. Und das aber viel hier in der Festung. Ja, komm. Lass dich anvisieren. Aber wie viel sind denn das noch? Das muss doch bald irgendwo mal ein Ende sein. So allzu viel sind es glaube ich echt nicht mehr, aber ich sehe immer noch sich Leute bewegen. Du hast nichts gesehen. Sag dir doch, du hast nichts gesehen. Dann halte ich halt auch dran, dass du nichts gesehen hast. Meine Güte. Manche wollen es aber auch so. Ich gehe, ich gehe. Den Obermufti Dingsbombs Befehlshaber, hier könnte man gut entsorgen, gerade. Der ist schön einzeln. So. Jetzt haben wir ja schon gleich alle. Guck, guck. Quatsch. Ist auch nicht so, dass dein Kollege gerade einfach umgefallen wäre. Hast du noch letzte Worte? Ja. Greifst du jetzt wirklich mich an? Ich habe dich da gerade rausgeholt. Da befreit man die und dann gehen die auf einen los. Wo kommen wir denn da hin? So. Die Festung wäre durch. Die Aktenröne werden auch durch. Und ich bin eine Stufe höher. Geil. Da qualmt es aber. So. Nun gut. Dann haben wir das auch. Da ist auch alles soweit durch. Und schauen wir mal, dass wir das Problem da noch lösen. Die zwei Aufgaben. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich mache erstmal Schluss an der Stelle. Wenn es gefallen hat, denkt mir immer ans Däumchen. Und bis dahin, macht es erstmal gut.